Steht Bitcoin aktuell unter Beschuss? Die Transaktionsgebühren steigen immer und immer weiter an. Zum Teil sogar so weit, dass die Transaktionsgebühren höher sind als die Bitcoins, die selbst versendet werden. Binance pausiert zweimal in 12 Stunden jegliche BTC-Abhebungen. Binance versendet eine Rekordsumme von fast 5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin. Willkommen zurück bei Thinkit Crypto. Mein Name ist Samir. Auf diesem Kanal besprechen wir täglich die doch manchmal komplexen Themen der Kryptowelt in einem Weg, den jeder hier verstehen kann. Und im heutigen Video das letzte Bitcoin-Drama, was sich so über das Wochenende abgespielt hat. Ganz kurz bevor wir starten, der allererste Link in der Beschreibung führt wie immer noch zur EU-regulierten Kryptobörse BitWaWO. Die Börse, die ich persönlich auch verwende. Und BitWaWO hat nicht nur eine große Auswahl an Coins, ein super einfach zu verstehendes Design, niedrige Handelsgebühren und viele, viele weitere Vorteile. Es gibt zudem nur noch ein paar Plätze frei, wo man zusätzlich zum 10 Euro Startbonus innerhalb einer Sonderaktion nochmal 20 Euro obendrauf bekommt. Also insgesamt 30 Euro gratis zum Anlegen. Falls euch das interessiert, schaut gerne unten bei mir in die Beschreibung. Und jetzt aber Freunde, viel Spaß beim heutigen Video. So, Bitcoin wird am Samstag noch beim 30.000 US-Dollar Niveau abgelehnt und fällt dann über das Wochenende wieder bis auf so 28.000 Dollar. Eine Bewegung von ungefähr 6% und die dritte Rejection, die wir jetzt beim 30.000 Dollar Niveau gesehen haben. Nichts wirklich Überraschendes und der Grund dafür, einerseits all das, was wir uns gleich anschauen werden, aber dann gibt es auch eine sehr technische Erklärung hierfür. Wie man das hier auf dem 4-Stunden-Chart von Crypto Bullet erkennen kann, seit ca. 30 Tagen formt Bitcoin ein fast perfektes Symmetrical Triangle, bei dem wir schon die A-, B-, C- und D-Bewegung gesehen haben und das, was momentan passiert, einfach die finale E-Bewegung wäre, nach unten an unseren Support, bevor dieses technische Pattern einen finalen Ausbruch nach oben vorsieht. Ob es genauso passiert, das ist natürlich immer die Frage, aber so ein klar und deutliches Muster sollte man auf jeden Fall weiterhin im Auge behalten. Zunächst, bevor es richtig losgeht, wie jeden Montag, was steht diese Woche hinsichtlich Makro-Veröffentlichungen alles an? Tatsächlich gar nicht so viel und das Einzige, über das man so wirklich Bescheid wissen muss, sind die CPI-Verbraucherpreise in den USA, die am Mittwoch, also am 10. Mai veröffentlicht werden. Es sind die finalen US-Inflationsdaten, bezogen auf den Monat April. Was die Experten erwarten ist, dass wir eine Stabilisierung bei 5,0% sehen, also keine Veränderung zum Vormonat. Wenn wir das oder sogar noch niedrigere Daten bekommen, dann ist alles schön und gut, aber alleine, wenn wir hier die Erwartung mit 0,1% überschreiten, also eine Inflation von 5,1% oder mehr bekommen, dann könnte das psychologisch auf jeden Fall große Auswirkungen haben, denn es würde bedeuten, dass das erste Mal seit 11 Monaten die Inflation wieder zunimmt. So und dann, Binance stoppt gestern, also am Sonntag, jegliche BTC-Abhebungen mit Verweis darauf, dass das Bitcoin-Netzwerk ein Überlastungsproblem hat. In dem Tweet heißt es auch, unser Team arbeitet derzeit an einer Lösung, bis das Netzwerk stabilisiert ist und wird BTC-Abhebungen so schnell wie möglich wieder eröffnen. Natürlich große, große News, viel Aufmerksamkeit, jedoch kam keine zwei Stunden später die erleichternde Ankündigung, dass Binance die Abhebungen wieder freigeschaltet hat. Zumindest bis heute bzw. bis vor sechs Stunden, denn Binance hat mit einem fast identischen Tweet erneut angekündigt, dass alle Bitcoin-Abhebungen jetzt gestoppt werden. Das ist zunächst mal die eine Sache, Binance stoppt BTC-Abhebungen und das Problem scheint anscheinend noch nicht gelöst zu sein. Die andere Sache, die aktuell in Bezug auf Binance extrem viel Aufmerksamkeit bekommt, ist, dass genau in der gleichen Zeit der größte tägliche Abfluss in ihrer Geschichte stattfand, mit über 162.000 BTC im Wert von über 4,6 Milliarden Dollar, die die Börse verlassen haben. Die Angst oder das, was viele gedacht haben, Binance stoppt einfach nur die Auszahlungen, weil extrem viele große Entitäten und Wale ganz viele BTC von der Börse abgezogen haben, weil sie anscheinend irgendetwas wissen, was wir nicht wissen. Da dieses Video aber eh schon extrem viele Informationen enthält, mache ich es ganz kurz. Diese Daten von CryptoQuant sind zum Glück nicht wirklich akkurat und wenn man mal richtig in die On-Chain-Daten schaut, am Ende waren es einfach zwei Transaktionen von 117 bzw. 40.000 BTC, die an neu erstellte Änderungsadressen gesendet wurden, die auch Binance gehört haben. Es sind also einfach nur interne Anpassungen an der Bitcoin-Wallet-Struktur. Laut dem Head of Research von CryptoQuant selbst betragen die effektiven Abflüsse höchstwahrscheinlich nur 10.100 Bitcoin. So viel zum wöchentlichen Binance-Fat und jetzt, was passiert hier aktuell überhaupt im Bitcoin-Netzwerk? Letztendlich, was wir sehen, sind Rekordwerte an Bitcoin-Transaktionen, die im Mempool warten. Um genau zu sein, es sind über 400.000 unbestätigte Transaktionen, die darauf warten, von einem Miner in einen Block aufgenommen zu werden. Das führt dazu, dass man zum Teil Tage für seine BTC-Transaktion warten muss, bis diese validiert wird und vor allem führt es aber auch dazu, dass die Transaktionen im Netzwerk extrem stark ansteigen. Wie man sehen kann, am 1. Mai waren es noch 0,377 BTC an Gebühren pro Block und eine Woche später sind es über 1,7 BTC. Wenn man noch etwas neuere Daten anschaut, dann hat die durchschnittliche Gebühr, die pro Block gezahlt wird, sogar 2,905 BTC erreicht. Ob das viel ist? Nun, es ist vergleichbar mit Werten, die wir im Bullrun 2021 gesehen haben und für die aktuelle Marktlage, also dass es nicht irgendwie die Spitze eines Bullruns ist, ja, das ist schon verdammt viel. Es wird aber noch verrückter, denn ein paar Blöcke, und das ist einer der ersten Male, dass dies in der Geschichte von Bitcoin passiert, hatten mehr Transaktionsgebühren als die 6,25 BTC-Block-Rewards. Zum Beispiel enthielt Block 788.700 6339 BTC in Transaktionsgebühren, was so ungefähr 183.000 Dollar waren, mit einer durchschnittlichen Sendegebühr von 33,84 Dollar. Für Miner ist das aktuell natürlich das absolute Paradies. Hier sind die durchschnittlichen Belohnungen komplett durch die Decke gegangen und für alle anderen bedeutet das, Bitcoin-Transaktionen unter 100 Dollar lohnen sich schon gar nicht mehr, denn ansonsten zahlt man einfach über 50% des Transaktionsinhaltes an Transaktionsgebühren. Bevor wir uns aber anschauen, was die Auswirkungen dafür sind, was ist überhaupt hier passiert? Kurz gesagt stammt diese Nachfrage nach Block Space von sogenannten BRC20-Token, die quasi wie neue Token auf der Bitcoin-Blockchain sind. Es gibt eine große Menge an Leuten, die hier von einem Angriff auf Bitcoin sprechen, spezifisch von einer DOS-Attacke, also einer Denial-of-Service-Attacke, bei dem ein Angreifer versucht, das Bitcoin-Netzwerk mit einem hohen Datenvolumen zu überwältigen, mit dem Ziel, die normalen Funktionen des Netzwerks zu stören oder zu deaktivieren. Ob das aber realistisch ist? Nun, die Hochrechnung wäre so ungefähr 1,5 BTC pro Block, circa 4 Millionen Dollar pro Tag, 130 Millionen im Monat und damit ungefähr 2 Milliarden US-Dollar im Jahr, um Bitcoin zu überlasten. Kann sich das irgendein Angreifer, sagen wir mal, auf Staatsebene leisten? Auf jeden Fall, aber was auch sehr wichtig zu verstehen ist, der Mempool ist zwar, man kann sagen, überlastet, aber Bitcoin funktioniert immer noch ganz normal weiter, Block für Block. Es gibt hier keinerlei Unterbrechung oder Störung. Die etwas realistischere Erklärung wäre, dass einfach viele Leute diesen teuren Block Space nutzen, um einfach Shitcoins eben über diese sogenannten BRC20-Token zu minden, die sie hoffentlich für mehr als die Kosten des Mints wieder verkaufen können. Finanziert wird das Ganze also über Shitcoin-Spekulanten, die diese Token kaufen und hierfür mehr dafür zahlen, als jemand für den Block Space gezahlt hat. Ob das sinnvoll ist, darum kann man sich streiten, aber meine Frage an euch, was glaubt ihr, wie hoch die Gebühren wären, wenn, sagen wir mal, irgendwann eine Milliarden Person Bitcoin verwenden und BTC auch noch eine Millionen Dollar wert ist? Was ich damit sagen möchte, in einer Welt, in der Bitcoin sehr erfolgreich ist und an Adoption gewinnt, ist es unvermeidbar, dass die Transaktionen auch stark in die Höhe steigen. Und was auch immer das aktuell war, ob es wirklich ein DOS-Angriff war oder einfach ein Shitcoin-Hype, der wieder verschwindet, es ist eine super Erinnerung daran, dass wir Wege finden müssen, um mit dieser Nachfrage klarzukommen. Und die vielversprechendsten Infrastrukturen hierfür sind einfach Skalierungslösungen. Wie man das in dieser Grafik hier sehen kann, am Ende durchlaufen wir auch einfach einen ganz normalen Skalierungszyklus. Die Gebühren steigen, das ist der Punkt, wo wir aktuell sind. Danach steigt die Nachfrage nach günstigeren Transaktionen. Offensichtlich, als Reaktion darauf müssen Skalierungslösungen entwickelt werden. Als Beispiele hierfür stehen Segwit, Lightning, Liquid und so weiter. Daraufhin sinken die Gebühren. Dann steigt die Zeit, die Knappheit, die Adoption und der Preis von Bitcoin, was wiederum zu hohen Gebühren führt. Und so wiederholt sich der Kreislauf. Binance hat gerade eben auch angekündigt, dass sie nun endlich Bitcoin-Lightning-Zahlungen oder Bitcoin-Lightning-Auszahlungen implementieren werden, um eine ähnliche Wiederholung in Zukunft zu vermeiden. Auch wenn all das vielleicht etwas verwirrend scheint, am Ende kann man sagen, Bitcoin geht es gut, das System oder das Netzwerk wird sich selbst weiterhin regulieren und man muss keine Angst haben, dass Bitcoin irgendwie keine Zukunft mehr hat oder so. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr etwas daraus gelernt habt, lasst gerne noch ein Like da. Offene Fragen gerne wie immer in die Kommentare und dann sehen wir uns morgen wieder.